Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Projekt hier in Railroot. Ich habe mal wieder eine Karte ausgesucht und zwar sind wir jetzt in Aargau, beziehungsweise die ganze Karte heißt Aargau. Und wie ihr seht, ist es überhaupt nicht übertrieben groß. Sehr viel Potenzial, um hier Züge zu übersehen oder falsch zu leiten etc. Der Ersteller meint, ja ungefähr dreieinhalb Stunden, glaube ich, ist man hier dran mit 124 Zügen. Ich sage es gleich vorweg, die dreieinhalb Stunden werde ich jetzt hier im Video nicht komplett durchmachen, aber wir werden es ein bisschen anspielen und dann habt ihr dann den Link in der Videobeschreibung und dann könnt ihr das dann selber spielen. Und jetzt schauen wir, dass ich zumindest die erste halbe oder dreiviertel Stunde hier überlebe, ohne dass ich hier Blödsinn mache. Der erste Zug ist zwölf Killwagen Spreitenbach. Und zwar habe ich da die Karte, die Gott vorhin gemacht. Also gespielt. Lassen wir den mal hier einfahren. Der will dann nach Wengengleis 5, Badengleis 3. Dann geht es weiter nach Turgi. Turgi Gleis 4. Ruck AG 2. Und dann geht es wieder Retro. Okay. Jetzt müssen wir uns merken, dass der hier wieder zurückfährt. Jetzt mal bei dem sagen, der soll dann wenden. Alle klar. Können wir mal ein bisschen vorspulen hier. Intelligente Sortierung machen wir mal an. Und dann ist die Frage, inwiefern ich hier mit automatischen Fahrstraßen arbeiten kann. So, der Dulliken 1 will nach Aarauts, wo... Ich glaube, hier werde ich mit automatischen Arbeiten. Hoffentlich bereue ich das nicht. So, da bis zum... Ne, das ist vielleicht du, wenn du da automatisch bist. So, wenn ich runter muss, dann mache ich das lieber hier selber. Aarau Gleis 2. Von da aus geht es nach Wildeck. Was ist das da unten? Das ist welcher Anschluss. Landsburg. To from... Wüsste da oben sein, oder? Ah, so. Einmal so. 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 Ne, ist das richtig? Ja. Gut. Das kann man automatisch machen. Wildeck Gleis 2. Ist das jetzt auf Automatik? Ja. So. Von Wildeck. Wie geht es da weiter? Brucker G Gleis 3. Machen wir das nochmal manuell. Automatisch. Gleis 3. Und nach Gleis 3 geht es noch zu. Wie weiter? Okay. Nachdem wir da jetzt eh Blockade haben. Einmal bis dahin. Müssen wir einfach auf dem Schirm haben. 2x26. So. Du fährst dann auch Aarau Gleis 2. Okay. Warte mal, bis du in Aarau bist. Fertig in Umspannanlage. Ja, dann fahr mal rein. Einmal so. Wie es noch wollen auch geht. Gleis 2. Perfekte. Und eigentlich Gleis 2. Dann Postwil Bündzen. Das ist da. Ich glaube mal. Warte mal. Welches Signal sind wir jetzt? Ähm. Mache ich mal händisch. Händisch. Automatisch. Automatisch. Und in Muri AG beliebig. Dann Muri AG 1. Ah. Und dann wieder hier wenden. Dann schickt man dich mal so runter. Bis auf der 1. Die ist faster than track 3. Äh. Okay. Wolltest du nicht weichen? Okay. Good to know. Da kann man gleich was schneller ist als wie oben das Dreiergleis. Interessant. Ah. Gut. Den haben wir erst mal sehr gut aufgestellt. Dann warte ich jetzt prima mal auf den hier. Von Aarau geht es dann nach Lenzburg. Lenzburg Gleis 1. Das kann ich da schon mal voreinstellen. Du brauchst du hier so. 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 Da runter. Und das kann man automatisch machen. So kommen wir raus. Hier Lenzburg. Da ist eins. Dann geht es weiter nach Händischikin 2. Zwischen das. Ach das ist da unten. So. Wer nervt. Intercity. Ja. Das war's. Kann man das schon mal automatisch machen. Fülle ich in Gleis 4. Da mache ich mein Nix automatisch. Aber. Ja. Da auch nicht. Hier schicken wir mal Strike durch. Nee. Das mache ich nicht automatisch hier. Too risky. Gleis 4. Das. Das. Das können wir auch automatisch machen. Und dann strikt hier rein. Nois. kollege da hinten herumfahren dann er was hier wenn nicht ist jetzt auch am kommen andere ist unterwegs ein bisschen vorspulen nichts sieht dass ich die dach von unten und genau die gleiche einmal wieder will darum klicken hier und eins nach oben so dass automatisch und hier muss es noch mal machen dann sollte das passen wenn ich immer so ein bisschen unwohl wenn das immer so riesiges auf pläten recht schnell die übersicht djw auch von da unten diesmal wieder auf zu liegen zwei kannst du haben so kommt macht platz zu leben einmal so einmal so einmal auf noch einmal so so und jetzt wärst du aber hier lang fahren ich glaube den bitt können wir hier automatisieren hätte ich jetzt mal gesagt noch einer von der umspannanlage muri ag-gleis 3 dann machen wir es mal bis muri ag-gleis 3 passt nach muri geht es noch wohl wieder rettour zu der dreht auch so killwagen spreitenbach nach baden gleis 3 bestehen fährt dann auf druck ag gleis 2 wann hat bis dahin wie was bremsen wollte ich vergessen sorry shit hat bremsen müssen ähm ok auch mal was neues von da unten wir liegen gleis 1 oberfelden und sur darf es gleich 5 seit nach sur nach putzensschwil ist da hinten 1 und danach lenzburg 5 äh wo kommen wir denn da raus äh jetzt bin ich gerade verwirrt äh wo ach da okay machen wir ein bisschen lenzburg fürs erste so der kandidat du darfst einmal wenden hier geht es dann auf turgi gleis 3 weiter zu der kandidat einmal so 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 baden gleis 1 dann wettingen gleis 4 und dann schon die 2 ne ja dann ist das für ihn schon mal komplett für uns nicht mehr interessant für das erste so kollege oder den ganzen heißt habe ich jetzt eingestellt die haben alle fahrstraßen er ist jetzt langsam auf dem weg ruck ag 3 und dann fördern auch turgi 2 baden wettingen oh in wettingen wird gedreht und dann können wir bis wettingen erstmal machen turgi baden 1 wettingen glas 1 gut eingestellt bist du der tgw na du bist der ice unser tgw nächste zug ach diesmal von da unten du würdest dann gern auf aarau bleis 3 die stelle ich hier auch mal durch auf automatisch brauchst du mich dies nicht beruhigen aarau gleis 3 und dann geht es weiter nach wilde gleis 2 12 minuten bleibst du da stehen ähm das könnte ein problem sein wer zog da regional express bei dem druck um 8.03 ab und du fährst um 8.04 ab äh schade das heißt ist es erstmal nonsens jaja wo macht es mir hier noch voll äh obere die 2 ich sagst mal das da und fliegt basel brugger ggleis 1 das könnte ich aber nicht viel machen es 11 wegen viel 1 ob man singen 2 ok jetzt mit den extra langen fahrstraßen ist vielleicht eine blöde die jetzt wenn hier so voll wird aber ich muss jetzt wirklich da mit der anzeige arbeiten wann sie abfahren und dann die fahrstraßen machen so du kollege du musst ja wenden und fährt dann wieder retour ja ok machen wir bei dir einmal wenden an was ist mit dir achso du hast hier halt ok so bei dir war es wettingen gleis 1 ne ja ok so tgw bist du tgw ja du bist tgw nice also arau ruppeswil gleis 4 wir sagen machen wir einmal den hier nach ruppeswil geht es nach wildeck war das jetzt der richtige anschluss hier zu vom brug baden moment zeig mir das nochmal bitte wo du da verbindest die linie nicht so da geht es nach lenzburg lenzburg will ich ja nicht das ist da unten da ist dann schon das hier jawohl zu von brug baden und dann habe ich vergessen wo er halten muss wo ist er der hier gell hildegg gtg2 hildegg2 hildegg2 also das ist eh alles durchgestellt ja wer denn diesmal was bist du jetzt für einer s27 gtg1 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 man das auf zweimal stellen so baden gleis 4 und die anderen fahren hier oben lang leute oh shit ich habe mich ja fast vergessen du fährst hier rein du warst dann du vom frick basel das ist hier oben das heißt du überholst machen wir mal den hier das wird jetzt spannend wollen ag gg3 okay jetzt okay moment jetzt muss ich mal kurz pause machen wollen ag das ist wieder retour das heißt du wendest du fährst dann hier los holen ag gg3 wo du kurz stehen beißt dort zingen oder was was wir lassen mach es erstmal nur bis da hin und bei dir muss ich mal das kurz anschauen du wirst aber dann hier vorbeifahren müssen 6 minuten 6 minuten beobachten du lingen ja ja ich komme ja schon du fährst du fährst noch hier unten wo auch der nächste wieder ja alter schuli du bist dann auf gleis 2 du dich habe ich vergessen buchten drucker gegen gleis 2 ja geht gerade irgendwie nicht ne bist du dir das vorgestellt um 8 uhr das geht doch gar nicht ja ne 8 bis 8 uhr 2 buger gegen gleis 2 das geht nicht oder steht er hier drin auf 2 das ist ein Fehler ähm so der da mal legen das war ja geradeaus durch über Lenzburg ähm was ist CX was sagt mir das war gerade ein Fehler weil du vermutlich dazu bist 120 was fährst du 160 das war halt nicht so geil weißt du was machen wir den hier so der Express du kannst hier mal durchpfeifen und von dann hier eins nach unten ab nach Lenzburg ähm auf E2 der wird in zwei Minuten ab nach Edchicken das ist Dödo ähm einmal so und dann Gleis zwei alter Leute ich mach's mir alles dicht ja Güterzug CX Kutterautotransport wo ist denn das das ist hier unten äh dann fährst du so Gleis 1 das heißt du musst hier einmal wenden so Dulliken Gleis 3 wo bist du hin in welchem noch da unten also auch noch Lenzburg mit dir Jo spannend äh du bist noch Lenzburg 3 äh du bist auf Moment einmal du bist noch Moment wo ist das ist es da ah I see äh 3 puttingen auf die 2 oh da ist noch ein wer beschert sich wegen Rot achso ja gut wir haben da oben zweimal Rot ach shit du musst nach Baden fahren äh musst du auf Gleis 4 ja du fährst auf Baden Gleis 1 das müsste eigentlich eingestellt sein und dann Kilwangen Spreitenbach ja also 100% wird das hier nicht mix it oh da hat wir erst mal ein Stückchen beide in die gleiche Richtung Verspätung ja es tut mir leid so du fährst dann nach Bossville Binzen das ist da so weiter dann sind wir hier eins weiter oben bei Wohlen AG ist es Gleis 3 bis dahin erstmal ja Alter Wettingen 3 und da gerade schon der nächste ich fühle mich überhaupt nicht gestresst einmal da rein und das dann 3 Stunden lang steht um Signal steht um Signal Intrigio Intrigio wo bist du gut das mit dir geht aber wirklich nicht Turgi 2 der dann Turgi 3 zu liegen Gleis 4 shit wir müssten da mal ja will ich ein Zugebo holen oder fährst du durch ne na vielleicht geht es jetzt aus so der Kollege du fährst bitte weiter nach da nach da nach da der hat jetzt gleich Einfahrt in Lenzburg Kollege komm mal her Millingen das war einmal da durch sorry vergessen du musst noch auch gut dass ich da mal kurz hingeschaut top da leist 4 ist an approach du fährst auf 2 aber ich vergesse mal eins weiter zu machen Badengleis 2 du kannst auch mal eins weiter fahren so der ist auch unterwegs fast wie wir sehen Nitzburg Äh, wir müssen ja keine Fahrstrasse da rein Nitzburg wird ja auch einmal da gerade durch Für den Express Ja, ich weiß Ähm, du kriegst gerade Durchfahrt Sorry Ich glaube, das würde ich hier gerne mal Bisschen pimpen mit Sensoren hier So, naja, bis dahin Wer ist der Nächste? Ähm, S12 Baden Den wollte man jetzt bis auf Turgi Gleis 3 Und der hat eigentlich auf die 2 müssen Ah, Shit Kommt da auf die 2 Das hat mir umgekehrt Und der Nächsten Hedgingen Warte mal, wo ist das? Das ist da hinten Auf Gleis 2 Oh, wo ist das hier? Die fahren beide in die gleiche Richtung Alles klar Alter, es ist einfach überall gerade am krachen Ah ja, genau Du musst dich da wenden Und fährst dann hier rein Und noch 3 Züge Alter, Leute Komm du mal rein Du kommst auch mal rein So, steht am Signal Ne, Moment Wo bist du? Frick Basel 1 Sorry Ich bin da am Signal Wo bist du? Bitteschön Du vom Kilwanger Streitenbach fährst du da rüber Und in Baden geht es bei dir auf Gleis 3 Ich habe gerade Gutschläge in dem Bahnhof hier drin Du fährst dann auf Baden Gleis 1 Noch einer Steht am Signal CX Lachen wir mal zu dir kurz Konntest du weiterfahren? Ähm, in Muri auf die 3 bei dir Roswell Bündchen 2 Und dann Wohlen AG Gleis 3 Gut, hält am Signal Sonst aber nicht anhalten So, bitte Ja, ich glaube die SBW wäre mit mir nicht so happy Ähm, sorry Du musst Auf die 2 Wohlen AG Gleis 2 Okay AG Gleis 2 Du bist da noch Hitchigan 2 Das ist ja schon eingestellt Shit Niederlieger vergessen So, einmal durchstellen Oh, leider Kann man das einmal durchschnaufen hier Nein, ich habe das Gleis klicken Oh, doch Ah, doch Komm Auf die 4 So Und dann Warte mal Warum ist das hier nicht mehr automatisch? Perfekt Baden Gleis 1 Sorry Schon mal voreingestellt Da unten ist noch was mit Rot Also er hier Stressig Okay Ja, aber ich glaube ich möchte das am liebsten nochmal neu anfangen Und da mit einer anderen Strategie arbeiten Weil so habe ich jetzt eh schon Punkte verloren Ich meine Der eine Zug da im Baden glaube ich war das Wo ist das? Orientierung Na, ein Flug da Das glaube ich war wirklich ein Fehler im Fahrplan Oder der ist irgendwie verspätet drin Aber Ja Den Punkteabzug Kann man irgendwie nicht vermeiden Wobei ich habe jetzt Ich würde es gar nicht nachschauen Hat der Zug Punkteabzug drin gehabt Ja, aber ich sage mal Erstmal Pause Sonst geht es hier einfach nur ab Ich habe hier schon mal ein bisschen gefehlt Ich glaube ich müsste ja auch öfter ein bisschen Ja, wobei mit Pause arbeiten ist dann auch wieder schummeln Man Ist ja nicht so, dass die Züge einfach mal stehen bleiben würden Ja, ist vielleicht ein Ticken zu groß Für mich zumindest Ich werde es aber nochmal für mich probieren Bei euch war es mal ein Einblick Und wie gesagt 117 Züge sind noch Und da hat man seine drei Stunden Spaß Also wer hier was Großes managen will Holt es euch die Karte Link ist in der Videobeschreibung Dann sehen wir uns zum nächsten Abenteuer Hier in Wailwood Ja, liebe Leute Das ist leider das Ende von dem Video Wie immer würde ich mich freuen Wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt Wie ihr es gefunden habt Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist Ansonsten der neueste Upload hier oben Und wer möchte Kommt auch auf unseren Discord-Server Link ist da rechts oben Gibt auch immer wieder gratis Spiele Und da könnt ihr auch mit mir quatschen Und natürlich der Community Ansonsten lasst ein Abo da Und dann verpasst ihr kein Upload mehr Bis dann Euer Braubucher Bis zum nächsten Mal Tudel Bis zum nächsten Mal